Morgen darf ich essen, was ich will. Ich habe mich lange gespielt mit dem Thema Diät, weil ich habe einen extrem schwachen Willen. Ich habe nicht gewusst, wie ich aus dieser Jojo-Falle herauskomme. Einen Tag essen, einen Tag nicht essen. Das schafft jeder. Diese Diät ist so einfach wie genial. An jedem zweiten Tag wird gefastet. Am jeweils anderen Tag essen Sie, was Sie wollen. Dieses Buch begleitet Sie die ersten 21 Tage, bis Sie mit köstlichen Rezepten und einem alltagstauglichen Bewegungsprogramm einen nachhaltig gesünderen und ausgewogenen Lebensstil erreichen. Die Diät, mit der man nicht nur abnimmt, sondern auch Zeit spart und die Konzentration verbessert. Die Morgen darf ich essen, was ich will Diät. Probieren Sie es aus.